Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Die Mitte der Welt von Jakob M. Erwer. Wir haben es hier mit einer besonderen Romanverfilmung zu tun. Dieser Jugendroman, Die Mitte der Welt, war ein großer Erfolg, ist wirklich ein glänzend geschriebener Jugendroman, der aber noch viel mehr ist, der nicht nur jugendliche Leser anspricht, sondern durchaus auch für Erwachsene geeignet ist. Und das gilt auch für den Film. Keineswegs ist es nur ein Jugendfilm. Natürlich muss man bei einem 500 Seiten starken Roman bei der Verfilmung einiges weglassen. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das glückt dem Regisseur Jakob M. Erwer ganz ausgezeichnet. Worum geht es hier in diesem Film? Es geht um einen Protagonisten, der Phil heißt, der mit seiner unkonventionellen Mutter und seiner Schwester in der Provinz lebt. Sie leben in einer Dorfgemeinschaft, die eigentlich nichts mit ihnen zu tun haben will. Sie sind sozusagen die Ausgestoßenen, die Exoten, kann man sagen. Es ist ein Coming-of-Age-Film. Phil ist auf der Suche nach dem, was die Mitte der Welt ist, wie es im Titel heißt. Es ist aber kein Coming-out-Film, denn dass Phil schwul ist, das wussten er und seine Familie und auch sein Umkreis eigentlich schon immer. Phil hat eine beste Freundin, der ja alles sagen kann. Doch diese sichere Konstellation gerät ins Wanken, als ein Neuer in die Klasse kommt. Nikolas heißt er und Phil verliebt sich gleich in ihn. Sehr bald wird diese Liebe auch erwidert. Der deutsche Liebesfilm, zumal der erotische, wirkt ja oft sehr bieder und gar verkrampft. Nicht so dieser Film, der dieses Frühlingserwachen in Pastelltönen einfängt, sich vor Explizitheit nicht scheut, der das Überbordende liebt und dieses Überbordende entspricht natürlich der Unbedingtheit des Gefühls. Hier zu monieren, das sei an manchen Stellen zu viel des Guten, verfehlt eigentlich die Sache, denn Liebe ist ja grundsätzlich zu viel des Guten. Wenn Nikolas zum ersten Mal in der Klasse auftritt, dann sehen wir das in einer Zeitlupe. Das ist ein Moment, wie wir ihn auch kennen aus Herzensbrecher von Xavier Dolan. Der Film greift auch auf andere popkulturelle Referenzen zurück. Dann sehen wir auch Nikolas beim Joggen und die Kamera imitiert hier Phil's beobachtenden, sehnsüchtigen Blick. Das hat fast etwas Pornografisches, als die Kamera dann ganz genau auf den Schritt von Nikolas zielt, aber es soll da auch gezeigt werden, diese Liebe ist keine Keusche, sondern die Geschlechtlichkeit spielt natürlich auch eine große Rolle. Hinzu kommt, dass dieser Film außerordentlich gut besetzt ist. Es wissen die kleinsten Rollen, aber ich will die drei wichtigsten Schauspieler nennen, Louis Hoffmann, Yannick Schumann und Svenja Jung. Sie spielen das wirklich mit einer Energie, mit einer Vitalität und vor allem mit einer Präzision, wie man sie selten im deutschen Film erlebt. Bei all diesen poppigen, bunten Bildern sollte man nicht verkennen, dass es auch bei dieser Geschichte um eine ganz ernste Angelegenheit geht. Da ist eine enorme Bedeutungsschwere vorhanden, aber mit dieser Bedeutungsschwere wird jongliert. Alles ist ganz leicht und ganz schwer, wie das eben so ist, wenn man jung ist. Ich möchte mich im Folgenden auf die Liebesgeschichte konzentrieren, weil sie philosophisch hochinteressant ist. Phil gesteht Nikolaus seine Liebe, doch Nikolaus tut sich schwer damit, das zu erwidern, auch eine Liebeserklärung abzugeben. Doch eine solche Liebeserklärung ist tatsächlich notwendig. Also allein das ständig miteinander schlafen und so, das reicht eigentlich nicht aus. Warum ist das so? Der französische Philosoph Alain Badiou hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Lob der Liebe. Darin sagt er, die absolute Kontingenz der Begegnung mit jemandem, den ich nicht kannte, erscheint schließlich als ein Schicksal. Die Liebeserklärung ist der Übergang vom Zufall zum Schicksal und deswegen ist sie so gefährlich, so mit einer Art furchtbarem Lampenfieber aufgeladen. Also das ist ganz entscheidend, dass sozusagen das Zufällige dieser Begegnung, ist ja zufällig in diese Klasse gekommen, dann plötzlich eine Unbedingtheit erfährt. Schicksalhaft nennt das Badiou. Das bleibt aber aus. Und dennoch will viel mehr von Nikolaus erfahren, von diesem schweigsamen Typen. Er will ja auch wissen, was ist das eigentlich, was diesen Menschen ausmacht? Was ist das eigentlich, was mich so sehr an ihm fasziniert? Das ist eine ganz grundlegende Frage, denn es ist ja rätselhaft, warum man sich eigentlich in einen Menschen verliebt und nicht in irgendjemand anders. Klar könnte man sagen, Nikolaus ist attraktiv, aber das könnte ja auch auf andere zutreffen. Phil sucht nach einer tieferen Bedeutung, nach einem wahren Grund. Das ist ein romantischer Topos. Wir kennen das aus Richard Wagners Lohncreme. In dieser Oper ist ein Frageverbot. Elsa darf nicht fragen, woher er dann kommt, wie er denn eigentlich heißt. Und dieses Frageverbot verunmöglicht aber dann die Liebe. Und Phil fragt also dann Nikolaus, ja dann sag doch mal, was magst du so? Und Nikolaus gibt eine vollkommen unbefriedigende Antwort. Er sagt sowas wie, ich mag Spaghetti und lange schlafen und so weiter. Das ist enorm irritierend. Zugleich aber ist diese 0815-Antwort sehr, sehr treffend, weil das Rätsel der Liebe eben rätselhaft bleibt. Im Laufe des Films offenbart sich dann aber scheinbar doch so etwas geheimnisvolles. Eine bedeutsame Tiefe wird da offenbar. Denn nach und nach bekommen wir dann gezeigt und bekommt Phil gezeigt, dass Nikolaus ein Gartenhäuschen hat, in dem sammelt er vor der Welt verborgen Dinge, kleine Schätze, die Menschen weggeworfen haben. Es scheint so, als sei diese geheime Kammer die Kammer zu seinem Herzen. Doch sollten wir gleich fragen, ob diese Kammer nicht auch willkürlich irgendwie ist. Sie verweist zwar auf etwas Außergewöhnliches im Vergleich zu dem gewöhnlichen Spaghetti-Essen, doch was sagt das eigentlich schon aus? Das Gartenhäuschen enthält keine tiefere Wahrheit. Es symbolisiert sie vielmehr, nämlich ein Je ne sais quoi, also das gewisse Etwas, das nicht zu definieren ist. Für irgendetwas steht also dieses Häuschen für etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich wie dieses ist auch wiederum der Verlust der Liebe, der Betrug, der Akt, der die Liebe zerstört. Und dieser findet wiederum dann im Gartenhäuschen statt. Das Ende einer Liebe ist ebenso groß wie das Rätsel der Liebe an sich. Ist die Liebe also doch nur ein Lehrerwahn? Nein, denn sich aus der Menge heraus für einen zu entscheiden, das hat zunächst einmal etwas Zufälliges, könnte man meinen. Und tatsächlich bestätigt das auch Slavoj Žižek in seinem Buch die politische Suspension des Ethischen. Dort schreibt Žižek, die anderen sind zunächst eine indifferente Vielheit. Und Liebe ist die gewaltsame Geste, in diese Vielheit hineinzuschneiden und eine Eins als den Nächsten zu privilegieren, was natürlich bedeutet, ein radikales Ungleichgewicht in das Ganze hineinzutragen. Im Unterschied zur Liebe fängt Gerechtigkeit da an, wo wir uns der gesichtslosen vielen erinnern, die bei dieser Privilegierung der Eins im Schatten geblieben sind. Gerechtigkeit und Liebe sind daher strukturell inkompatibel. Die Gerechtigkeit, nicht die Liebe, muss blind sein. Sie muss die privilegierte Eins, die wir wirklich verstehen, vernachlässigen. Und dieses Thema der Gerechtigkeit ist dann auch etwas, was sich in dem Betrug zeigt. Weil sich Liebe und Gerechtigkeit widersprechen, empfindet Phil später eine fundamentale Ungerechtigkeit. Daher rührt dann auch das eigentlich Tragische dieses Films. Aus der Perspektive des Ungleichgewichts, was die Liebe in die Welt bringt, sollten wir auch den Titel verstehen. Die Mitte der Welt, das meint nicht so eine harmonische New-Age-Philosophie-Mitte, sondern das Gegenteil. Die Mitte der Welt ist der fundamentalste Kern der Liebe, der monströs ist, der aber intransparent bleibt. Die Liebe zwischen Phil und Nikolaus ist diese Mitte selbst. Das ist keine Mitte des Maßhaltens, sondern eine des Extrems und eine der Ausschließlichkeit. Wir kennen das von berühmten Liebespaaren, wie zum Beispiel Tristan und Isolde. Der Liebesnacht versichern sie sich gegenseitig. Wenn die Welt untergehen würde, wir sind trotzdem eins. Und wenn wir nicht mehr eins sind, dann spielt die Welt dann auch keine Rolle mehr. Wenn die Liebe endet, ist die Mitte der Welt fort. Die Welt ist nur dann noch eine indifferente Masse. Die Provokation der Sexszenen liegt daher nicht im Expliziten, sondern darin, dass hier Sex und Liebe tatsächlich zusammenkommen. Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan meinte ja, es gibt keine sexuellen Beziehungen. Und Alain Badiou gibt ihm recht, aber er sagt, durch die Liebe, die dann präsent ist, entsteht eben dann doch die Beziehung zu den zwei Menschen. Schmerzlich spüren wir deshalb diese Kluft, wenn Nikolaus nicht so ausschließlich liebt, wie Phil es tut. Wir spüren Phil's Ohnmacht. Ohnmächtig ist nämlich der, der mehr liebt. Die Radikalität dieser Liebe liegt in ihrer Geschlossenheit. Deshalb sind wir mit Phil zusammen enttäuscht, wenn Nikolaus vorschlägt, diese Zweisamkeit zu öffnen. Gerade Nikolaus' Vorschlag, eine harmonische Libertinage zu leben, bringt die Welt aus den Fugen. Postmoderne, relativistische Polyamoriebefürworter und Altkommunaden würden aber sicherlich Phil vorwerfen. Naja, er ist doch eigentlich spießig. Doch tatsächlich ist es so, dass Phil der Radikalere von beiden ist. Dem Philosophen Alain Badiou zur Folge ist die Liebe nämlich die Bühne der Zwei. Lassen wir uns aber kurz einmal auf diesen libertären, liberalen Standpunkt ein. Warum sollte man eine Zweierbeziehung also nicht öffnen für jemanden Drittes? Warum aber nicht noch weitergehen, für zehn oder für hundert diese Beziehung zu öffnen? Und wenn offen, dann doch richtig. Läuft dies nicht letztlich auf die ziemlich real gewordene Vision aus von Millionen miteinander vernetzter User, die sich vor Webcams zum Plaisir der anderen selbst befriedigen? Kurzum sind Polyamorie und Libertinage nicht viel spießiger und marktgängiger. Es gibt da nämlich auch keine Mitte mehr. Alles ist irgendwie egal und leidenschaftslos. Denn Phil ist derjenige, der tatsächlich ein Risiko eingeht. Phil's Suche nach einer Mitte, das ist bei ihm auch mit einer Frage der Herkunft verquickt. Er weiß nicht, wer sein Vater ist. Das ist gerade das Besondere an einer Jugendliebe. Von Erwachsenen hört man gerne, naja, man muss die Jugendliebe nicht ganz so ernst nehmen und man spottet ein wenig darüber. Dabei ist die Jugendliebe meist viel radikaler als alles, was danach kommt. Später regieren und reglementieren Pragmatismus, Kalkül, Vernunft und gesellschaftliche Konventionen die Liebe. Die Liebe wird dann gezähmt. Sie ist nur noch ein Teil der Welt, aber eben nicht mehr die Mitte der Welt. Phil aber erlebt die Liebe in ihrer ganzen Monstruosität, im positiven wie im negativen Sinne. Es ist das große Verdienst des Regisseurs ebenso wie des Autors, dass diese Liebe zwischen den beiden Jungs tatsächlich vollkommen ernst genommen wird. Zizek hat recht. Liebe macht nicht blind. Dank ihr schauen wir nicht nur, sondern sehen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020